Das ist der Crewchef von dem Container und der schaut jetzt, dass alles passt. Wir machen uns jetzt hier fertig, dass wir hier mit dem schönen, schnellen Boot sehen. Yamaha, 225, 225, es sind da 415, das ist schon backgeschrieben von 750 auf Ostern. Mal schauen wie das abgeht hier, ist alles hier aus Eisen, aus Aluminium. Auch nicht schlecht, man auslöst dann hier so. Jetzt mal schauen wie das abgeht heute. Was ist der Hasen? Boah, was ist der Hasen, der Hangar hat auch. Was ist der Hasen, der Hangar hat auch. Was ist der Hasen, der Hangar hat auch. Da werden wir schauen, was es heute eigentlich so abgeht. So, gehen wir runter. Das ist ja auch diese schönen Boote hier. Aber es ist schon weniger. Normal ist hier alles voll broken, voll mit Küstkisten. Der Miniatur ist auch da. Was war denn? Der holländische Miniatur? Ich höre. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Vielen Dank.